So, wir haben genug Holz, wir haben genug Geld, wir haben genug Steine, die können wir uns kaufen. Wir holen uns jetzt erstmal so eine Big Bahn, man. So eine Big Bahn und wir haben uns jetzt Stein, Holz. Das nehmen wir einfach auch, machen wir einfach jetzt noch schnell, weil wir es können. Und dann holen wir uns jetzt das Teil. Wie hopp, mein Pferd. Schnell wieder Wind, Reiter im Wind, Schatten, Mond, Tal, was auch immer. Du arbeitest bitte noch, sonst bin ich sehr, sehr, sehr traurig auf dich. Sehr, 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 sehr traurig. Nein. Ich würde gerne hier reingehen. Ja, du arbeitest noch. Perfekt. Bitte ganz gerne Shop. Ich brauche 200, ne? Ne, 300 habe ich gesagt. 200. Ich brauche 29. Ich brauche 10 mehr. Ich habe mich verrechnet. Äh, Construct Farm Buildings. Big Coop. Bauen. Select a coop to up. Ach so. Incorrect building. Ach so, ist ja der Coop. Nein, wir wollen keine Big Coop haben. Wir wollen eine Big Bahn haben. Wir müssen das upgraden. Ich verstehe. Aber können wir denn... Können wir denn... Können wir denn noch einen weiteren Coop... Äh, noch eine Bahn kaufen? Ja, das geht. Okay. Ach so. Das wusste ich nicht. Machen wir uns erstmal eine Big Bahn. Wir werden das Teil ab. Okay. Okay. Alles klar. Ja. Jupp. Wir werden unten lang... Gucken, ob wir noch eine Quest haben und so einen Scheiß, ne? All den Käse, die wir machen müssen tagtäglich. Trotz, dass es Winter ist und ich Winter nicht ausstehen kann, solange wir nicht genug Tiere haben, um ganz entspannt mit dem Geld dahin zu kommen. Uff. Boah. Wir nehmen jetzt an, aber wir machen das nicht. Wir machen das nicht wirklich dafür. 61 Gold. Das kann er sich sonst für hinschmieren. So. Wir sind wieder zu Hause. Juhu. Wir sind wieder da. Under Construction. Trotzdem nutzen wir uns noch hier ein und so. Ja. Gut, wir gehen schlafen. Bis da rein. Verkauf ich. Oh, ich verkauf ich, meine ich. Du kommst da rein, du da rein, du da rein. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Und gute Nacht. Wetter? Nein. Piep, piep, piep. Piep. Piep, 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 piep. So. Jetzt haben wir Mittwoch, ne? Oder bin ich richtig oder bin ich falsch? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welchen Tag wir haben. Wir haben fast die Hälfte des Winters geschafft. Fast die Hälfte des Winters haben wir geschafft. So stolz auf uns. Es ist schon 19 Uhr 40? Ey, das ist so gemein. Äh, es ist so spät schon. Ähm, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Blackberries. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Schießen. Und. Geht's gut? Die geht's gut, die geht's gut, die geht's gut. Die geben jetzt keine Eier mehr ab, weil die ein großes Ei gelegt haben. Große Eier sind ziemlich groß. Hab ich gehört. Ah, ne, es war ja Large Egg. Large Egg möchten wir nicht. Zur Käse verarbeiten. Ah, sie arbeitet. Kling, kling. Kling, kling. Kling, 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 kling. Kling, 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 kling. Schön warm, ihr Ritter, mal. Mit der Heizung. Lässt das sich doch richtig gut gehen. So. Wir gucken, ob wir Glück haben in der Mine. Oh, neun Tipp. Wer ist der Kaul, Fisch, you can only find in winter. Ja, Tittenfische und linken Kotz. Versuchen wir, das ist, ähm... Ja. Wir können, äh, wir gehen angeln. Komm, wir gehen angeln. Wir testen das jetzt mal aus. Steigert das eventuell? Nein, tut's nicht. Schade. Wann lasse ich das drin, auch wenn das nur fürs Aussehen ist? Fürs Aussehen brauchen wir das auch nicht. Okay. Mit dem Pferd unterwegs. Wir hätten jetzt eigentlich auch den Minecraft nehmen können und nach, äh, zur Town gehen können und dann nach unten laufen gehen können. Ich hab ja gerade dreimal können in einem Satz gesagt. Ich bin so geil. Aber nö, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Hier ist es ja eben. So, Pferd, danke schön. Next to catch more secure causing... Oh, wow. Äh? Haben die nicht irgendeinen Effekt von irgendwas? Warte mal. Ah, wir sind gar nicht drauf. Ah doch, warte mal. Ah, ne. Increased pit rate. Makes fish more secure causing the fishing part to click link to your catch. Works best on slow weak fish. Okay. So. So, aber. Fishing rate increase ist auch gar nicht mal so schlecht. Alles klar. Was auch immer das für ein Fisch war. Halibut. We have used your last piece of bait. Ah, lol. Das Ding verbraucht sich sofort. Ist ja apathisch. Was das wäre jetzt so ein Teil für immer. Für immer und ewig. Fishing tackle. War abtuck. Was kann man mit dem machen? Ah, gar nichts. Ähm. Wir gehen mal in den Fischerladen und gucken, ob wir uns mal ein paar baits. So, 10 Stück an der Zaser. Und angeln jetzt nochmal. Oh. Nein, ich krieg keine Maximum mehr hin. Nur Maximum vor Tim. Oh, Halibut. Quatsch. Wie gehst du denn hin, ey? Du gehst ja bis... Oh, Cucumber. Yay. Ja, wie man so einen Barbtuck und so was anbringt. Alliwut. Maximal. Oh, da war ich ein bisschen zu spät. Ich verstehe nicht, wie ich das Ding einsetzen kann. Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? What? Äh, was? Den würde ich unbedingt haben. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich will es haben. Nein. Ja. Was ist es? What? Keine Ahnung. Mal dafür vielleicht eine bessere Angelführe, damit man die benutzen kann? Anders? Anders sein? Ah, du musst einen Irridium-Rod haben, um einen Tackle zu... um so ein Ding da anzumachen. Ich stehe ja. Jetzt will der wieder runtergehen. Ne, der geht wieder hoch. Was ist das für ein Fisch? Wir finden alles nur kein Tintenfisch. Alles. Nur kein Tintenfisch. Warum auch? Warum brauchen wir noch einen Tintenfisch, wenn wir gerade einen Tintenfisch brauchen, weil Winter ist? Ein Hering. Jeden Fisch. Das ist auch ein... Das ist auch ein Tuna oder Sardine oder was. Auf jeden Fall ist es das, was wir gerade gefunden haben. Oh. Nicht aufgepasst. Ah, das ist ein T-Combat. Juhu! Das ist aber so ein Thunfisch. Sardine, was auch immer. Ja. Fing kein Kind in den Fisch. Ah, da war ich so spät. Das weiß ich selber, da war ich so spät. Da war ich gerade mit meiner Maus nicht in meiner Tastatur. Äh, war ich mit meinem Händen gerade nicht. Gibt es denn mit dir nicht? Okay, du gehst voll ab. Fisch, du gehst voll ab. Red Mullet, Kiste 15 Baits. Yay. Jetzt haben wir wieder volle 16. Letztes Mal. Letzter Fisch, den wir jetzt hier kriegen. Oh, haben wir nur Fischer, die wir nicht brauchen. Oh, unser Pferd steht da ja noch. Der Pferd steht da noch. Im Schnee, im Schnee, im Schnee, Möwen. Okay. Dann gehen wir jetzt zurück und gehen schlafen. Wir sind es morgen nämlich schon Donnerstag, äh, Freitag. Freitag ist immer ein schöner Tag, weil Freitag ist dann fast die Mitte der Woche. So, ach ja, wir haben ja noch. Wir haben hier noch ein paar Sachen. Und zwar das. Wir müssen mal reingehen und mal bitte die Fische in den Kühlschrank bringen. So, die Angeln packen wir hier wieder rein. Sie packen wir da rein. So, ach, dann brauchen wir mal zwei Flüchte. Nehmen wir dieses Mal Grape wieder. Dieses Mal kriegen wir immer weniger Geld, weil wir einfach keine qualitativen, ähm, ja. Keine qualitativen, ähm, keine qualitative Ernte haben. Das ist ätzend. Schimmeln wir hier mal 3000 rum. Die Dingens wären nicht fertig. Welchen Test? Das ist schon, ja. Die, äh, die Winter Seeds, Winter, Winter 4H. Sachen wären nicht fertig. Ey, wir haben ja drei Fische, wir können einen Crab Pot bauen. Wozu man sowas auch immer braucht, wahrscheinlich um Krabben zu fangen. Man kann nicht behaupten, wie viel Geld haben wir denn gemacht? Grape Jelly bringt immerhin doch 420. Das ist ja doch nicht so schlecht. Grapefruit. Ist halt das Doppelte plus 50, ne? Ich meine, wenn das Ding 100 oder sowas ist, dann ist das halt 100, äh. Ja, ist auch immer ein bisschen was. Wir haben Post, mal wieder. I'm researching forgotten, art of shadow, void essence, Rasmodian. Ja. Haben wir, glaube ich, noch eins da. Eins kann ich dem noch anbieten, tatsächlich. Aber mehr auch nicht. Mehr ist dann schon ein bisschen zu viel. Alle ein paar Herzchen verteilen. Damit sie mich lieb haben, die süßen Spitzchens. Ey, der Bahn ist fertig geworden. Jetzt haben wir das. Ist das riesengroß? Oh, ganz schön groß. Können wir uns eigentlich mal eine Kuh kaufen, wahr? Da können wir uns jetzt eine Kuh kaufen von. Dann kommt das aber nicht mit dem Monat mehr hin, ne? Kommt das nicht mit dem Monat mehr hin? Das ist natürlich blöd. Alter, das wird ja mal größer. Ich mache aber noch ein größeres Enderhaber. Boah, zwölf Stück. Krass. Wir kaufen uns aber trotzdem eins. Wir kaufen uns trotzdem ein paar Ziegen. Zwei Ziegen oder so können wir kaufen. Äh, plus eine Schere dann. Das ist gut, das ist gut. So. Die sind immer noch nicht fertig hier. Die sind immer noch nicht fertig. Keine Ahnung, warum die sie lange brauchen. Was haben wir hier gemacht? Da war Käse gemacht. Da haben wir Quatsch gemacht. So, wir reiten zu Rasmudian. Wahrscheinlich auch erst um 9 Uhr oder so auf. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Danach gehen wir dann zu Marni und kaufen uns zwei Ziegen. Ich denke mal, zwei Ziegen sind noch okay. Oh, heute ist wieder Freitag. Wow. Äh. Ah, nur. Okay. Oktopus. Red Cabbage. Pickles, Crave, Fisch, Tulip, Egg. Wisst ihr, Rare Crow. Die haben wir schon. Heute kannst du mich nicht mit deinen Angeboten lockern. Wir haben die nämlich schon. Oh. Ist Ding etwa breiter? Ist Ding ist breiter? Das Pferd ist breiter. Man kommt nicht mehr überlang. So, du wolltest eine Voidessenz von mir haben. Bitteschön. Wow, was? 1000 Gold haben wir bekommen? Alles klar. Du hast ja, weil das Geld war, Magier. Magier müssen immer Geld haben, weil die sich das Herz zaubern können. So, geschnipst und dann haben sie Geld. Wie Geld, wie sie brauchen. So viel Geld, wie sie haben wollen. So viel Geld, wie sie möchten. Ich bin so schnell mit meinem Pferd. Ich bin so ein toller Reiter. Das ist voll geil, ey. Ein Pferd ist super cool. So, ich hätte gerne ein paar Tiere. Und zwar Kühe, äh, Ziegen. Zwei da drin. Aber wie teuer sind die? Ich kann mir, glaube ich, kein zweites mehr kaufen. Ich glaube, die kosten mehr als 3000. 4000. Alles klar. Ich habe erst mal nur eins. Achso. Äh, was habe ich denn gerade gemacht? Ich habe mir Schere gekauft. Eine Ziege. Ist das clever? Ich bin doch aus Ziegen. Ich bin doch aus Ziegen. Ja klar, oder? Man, oder? Nee, da braucht man Schafe für, oder? Ja. Man braucht Schafe dafür. Ich hatte gerade gedacht, dass man aus den eventuell... Ja. Okay. Dafür brauchen wir, für Schafe brauchen wir eine Deluxe-Bahn. Wie es ja auch relativ schnell zu bekommen war, ist ja nix. Voll easy. So. Ach, können wir verkaufen. Nichts von dem anderen fertig geworden. Ah. Dann mache ich einen Call und das passiert. So, wir packen mal hier unsere ganzen Tools rein, wa? Also hier das, das und das. Wenn das schon alt ist, das, das und das. Bis zum nächsten Mal.